Grüß euch, ich bin Dekra hier. Das wird ein Dies und Das Video, wobei ich hoffe, dass der letzte Teil der ausgiebigste wird, weil ich zum Abschluss dann die Turnierangriffe im Drei-Stern-Wasch-Turnier mache und da habe ich noch eine Chance auf Top 100 und ich habe mir gedacht, solange ich die Chance habe und noch nicht ausgeschieden bin, keinen Kampf klar verliere, nehme ich die auf, also hoffe ich, dass das dann der Schluss lang dauert. Bis dahin reden wir jetzt einmal zuerst über das vielleicht Thema Nummer 1 zur Zeit. Master Talents are coming, wenn man da weiter druckt, das kann ich leider am Computer nicht, dann kommt ein Text und diesen Text findet man auch im Forum, das kann ich da sehr wohl einblenden. Master Talents und so weiter, Dear Community, wir brauchen jetzt nicht alles lesen, Each of these new levels, ja bla bla bla, wo haben wir das? Im Endeffekt, die Informationen sind eh bekannt. Es kommt jetzt zu weit und da ist die Bestätigung. Please note that once this change goes live, also in dem Moment, wo die Master Emblems freigeschaltet werden und in dem dann die Helden fürs Emblemieren, also die 5-Stern-Helden fürs Emblemieren, weniger Embleme benötigen für die Knoten, ich glaube 8, 10, 19 und 20, in dem Moment wird auch gleichzeitig freigeschaltet, dass wenn man einen Rücksetzer, einen Wappenrücksetzer benutzt, dass man auch weniger Wappen zurückkriegt. Also da noch einmal, please note that once this change goes live, the Emblems returned when resetting the Talents grid will be based on these new values. Also ihr habt es jetzt noch genau, je nachdem wann es ihr seht, ich sage jetzt einmal genau zwei Tage Zeit. Am Montag um, ich nehme an, 9 in der Früh wird das Ganze eingeführt werden, das Update durchgefasst werden und dann ist es, ich schaue jetzt noch kurz, ob andere Zeit steht, ich glaube es wird 9 in der Früh sein. Bis dahin habt ihr also Zeit, euch entsprechend Wappen aus den Helden rauszuholen. Dazu kommen wir noch einmal, also kommen wir gleich, rede ich gleich weiter drüber, ich wollte nur noch recht lustig das hervorheben, was da gesagt wird. Wir hoffen, dass diese neuen Startboosts und verstärkten Talente euch helfen, eure Lieblingshelden zu stärken und noch mehr, dass sie neues Leben in bisher wenig genutzte Helden einhauchen und ja, dass sie dann von der Bank kommen können. Natürlich ist das völlig hirnrissig, weil ja genau das Gegenteil passieren wird, weil wer wird bitte seine, wie ist es da formuliert nochmal, Heroes and get them off the bench, wer wird seine Banklhooker als erst mit Emblemen, also mit Wappenstufe 21 bis 25 ausrüsten. In der Praxis ist es also genau das Gegenteil von dem, was da verlautbart wird. Es geht wirklich nur darum, dass man, ja, ihr wisst schon, dass halt möglichst viel rausgezogen wird aus den Spielern, möglichst viel Geld und was weiß ich was alles. Und in dem Zusammenhang ist es weiterhin nicht bekannt, nicht gesichert, ob goldene Embleme zählen werden für die höchsten Stufen oder nicht. Meiner Meinung nach wäre es ein großer Fehler von Small Giants, wenn sie das erlauben würden. Einerseits, weil dann sprunghaft große Accounts, die die bis jetzt gehortet haben, also die ganz großen Accounts, würden dann mit Anschlag alle Helden hochbringen können, die sie wollen. Also da gibt es welche, die haben hunderte goldene Embleme auf Lager. Und andererseits für sie selbst aber auch, also nicht nur wegen Balance, was einem vielleicht oft egal ist, sondern auch, weil sie ja genau diesen Spielern gern was verkaufen wollen, nämlich diese Meister-Embleme in Zukunft. Und die brauchen genau gar keine Embleme kaufen, wenn die mit goldenen Emblemen gewappnet werden können. So, jetzt aber zum relevanteren Punkt nochmal, es gibt Videos sowohl von, also ich habe ein ausgeführtes Video und auch von allen anderen YouTubern, nehme ich einmal an, also an, so wie gesehen, aber es hat sicher jeder YouTuber irgendein Video herausgebracht, in dem er spricht, Wappenzurücksetzer einsetzen oder nicht. Also meine Meinung, noch einmal kurz, ist, dass man für Helden, die man nicht häufig spielt oder gar nicht spielt, was sicher auch oft der Fall ist, oder nur ganz, ganz in ganz bestimmten Situationen spielt, dass es fast immer besser sein wird, die jetzt zu entwappnen. Einfach, weil man 260 Wappen mehr rauskriegt, weil es sein kann, dass man gar nie den Reiz oder den Drang verspürt, den jetzt unbedingt spielen zu müssen. Wenn ich mich jetzt beispielsweise anschaue, Meister Lampe, ja, ich habe ihn glaube ich gespielt in, kriegt er drei Königreiche irgendwann einmal, aber sonst habe ich den schon lange nicht mehr gespielt und er wird kein stärkeres Kostüm kriegen, zumindest nicht so bald. Im Prinzip kann ich die Wappen rausziehen, sagen wir so. Ich bin jetzt ein bisschen ein Sonderfall, weil ich einfach so viele Wappen habe, dass ich nicht viel davon gewinnen kann. Also ich habe ihn in jeder Klasse, so um die 3.000, 4.000 sowieso auf Lager und habe ihn in fast jeder Klasse auch Helden, die eben bei Bedarf entwappnen könnte. Das heißt, mir ist es nicht so wichtig, aber ich merke immer im Diskurs mit euch, wenn was in den Kommentaren und so steht, dass viele Spieler sagen, nein, wovon rede ich, Wappen sind nicht mehr viel wert, weil für sie sind die ganz viel wert. Also ja, da habe ich wahrscheinlich die falsche Sicht drauf, weil die Masse sehr wohl in verschiedenen Klassen Wappenmangel hat. Und für die Spieler glaube ich, dass es auf jeden Fall Sinn macht, relativ viele Helden zurückzusetzen. Jetzt nicht übertrieben, nicht jeden, ja, natürlich ist dann die Nahrung, die das wieder re-emblemieren kostet, hat natürlich einen gewissen Wert. Aber ich glaube gerade im Free-to-Play-Bereich ist Nahrung oft nicht das Nadelöhr. Also da ist glaube ich oft das Problem eher, dass man eben zum Beispiel zu wenig Wappen hat, weil Nahrung kommt ja für einen Free-to-Play-Spieler auch nicht so viel weniger rein, als für einen Spieler, der viel ausgibt. Gut, er kriegt keine zusätzlichen Kisten, aber so das Tägliche, was man halt so einnimmt, dann durch Autofarmen und vor allem natürlich durch die Bauernhöfe im Spiel, das sind dieselben Mannerquellen. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, das ist ja noch einmal meine Herangehensweise, ich überlege mir das jetzt noch gut durch, wen genau, aber ich werde sicher in Summe vielleicht um die 20 Helden, glaube ich, entwappnen. Obwohl ich in den wenigsten Klassen, außer bei Kämpfern, brauche ich akut die Wappen nicht so. Aber es ist eher so vorsorglich, irgendwann würde ich viele davon sowieso entwappnen und bei manchen kann ich mich dann für einen anderen Wappenweg entscheiden. Gerade bei den Helden, die ein Kostüm haben, ist es bei mir teilweise so, dass ich nicht die Mühe auf mich genommen habe oder halt, dass ich nicht die Ressourcen hergeben wollte, um sie für das richtige Kostüm dann noch einmal zu re-emblemieren. Und das jetzt ist natürlich ein bisschen ein Anreiz. Also Gott sei Dank, so Helden, die eigentlich eh kaum bis gar nicht spielen. Also wenn haben wir da, es sind viele. Afronzin zum Beispiel, kann ich einfach entwappnen. Wahrscheinlich kann ich sogar Glenda entwappnen. Jetzt seit Growth so entscheidend ist für mythische Titanen, ist kein Platz für Glenda in irgendeinem Bengi-Team oder was ähnlichem. Und ich glaube nicht, dass ich die noch für irgendwo spielen werde, bis auf weiteres. Und wenn doch, dann könnte ich es halt noch einmal emblemieren, ich habe zumindest 260 Wappen gewonnen. Also das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, da waren andere Meinungen. Das eine Video, das ich gesehen habe von Conor, da habe ich dann drunter kommentiert, der hat eher so geschrieben, ja vorsichtig und er wird das nicht machen. Aber ich glaube es, für Bereiche, für Spieler, die nicht sehr viele Wappen haben, ist das genau die eine Situation, der eine Moment jetzt noch zwei Tage lang, wo man sich 260 Wappen pro Helden wieder rausholen kann. Und ich glaube, das sollte man teilweise nutzen. Vor allem halt, wenn ihr ein paar Rücksitz-Button habt. Aber ich glaube, die meisten, die damit eher sparsam umgehen werden, einige auf Lager haben. So, das war ein Punkt. Der nächste Punkt vom üblichen Dies und Das sind jetzt die neuen Portale, die es gerade jetzt so gibt. Wir haben eine neue Paktbeschwerung. Lauft noch, jetzt habe ich nicht gesehen, drei Tage glaube ich. Ja, zwei Tage, neun Stunden. Gestern ist es online gekommen. Es sind wie immer, wie bei jeder Paktbeschwerung, jetzt sechs Helden, die grundsätzlich irgendwie interessant sind, die irgendwem taugen werden, sage ich einmal so. Für mich persönlich sind jetzt aber nicht so die richtig, die ganz krocher drin. Wenn ich jetzt noch einmal rausschaue, ich habe einen, jetzt gar nicht Beichte, habe ich damals eh schon angekündigt, beim letzten, also bei der letzten Taverne der Legenden, das war ja nicht nur jetzt zeitlich die zuletzt vorhandene, sondern auch die letzte überhaupt, zumindest für längere Zeit Taverne, habe ich noch einmal die Chance nutzen wollen auf eine Eveline. Ich habe noch ungefähr, ich weiß nicht, ich glaube um die 90 Beschwerungen gemacht nach dem Video, 80, 90, ich weiß nicht, irgendwo in dem Bereich, deutlich mehr als ich wollte und das Ergebnis war eher frustrierend, weil ich habe nicht Eveline gekriegt, aber habe einen Helden gekriegt, der eh gut ist, aber nicht gut genug für mich, dass ich denke, da muss ich jetzt unbedingt sofort was reinstecken. Und zwar, da 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 rauf, Mistra. Nichts gegen Mistra, ich habe sie vorgestellt, sie kann alles Mögliche, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie mich persönlich jetzt ausreichend weiterbringt, weil ich müsste sie halt, damit sie mich wirklich weiterbringt, müsste sie doppelt breaken und müsste alles reinstecken, weil erst dann macht sie den so hohen Schaden, der halt höher ist als alles, was ich bisher gehabt hätte, vielleicht in Blau oder überhaupt. Und erst dann wäre sie für mich für Rush eine gescheite Bereicherung und wahrscheinlich würde sie ja teilweise bei so Sachen wie Türmen zum Einsatz kommen. Ich warte jetzt einmal, ob was sonst noch passiert, ist jetzt nicht abgeschrieben, dass ich es mache, aber ich habe jetzt deswegen begonnen, über sie zu reden, weil sie eben da dabei ist. Eben eine Heldin, richtig, richtig großer Schaden, kann ein paar Sachen sehr gut, vor allem eben in Rush fest, fest zuhören, aber gleichzeitig sind es nur bestimmte Nischen, in denen sie gut ist. und wenn man jetzt die anderen Helden anschaut, Ramona ist halt auch, ja, ich meine, ein Held wird ziemlich ausgeschaltet, sage ich einmal, beziehungsweise es wird eine Zeitbombe draufgesetzt, der Held wird im Normalfall innerhalb von ein paar Zügen sterben sollen, der Ort. Aber, naja, wie soll man sagen, das ist jetzt nicht unbedingt, eine Heldin, die man unbedingt haben muss, von der Art, ihr wisst schon, wie man, also jetzt nicht, dass das schlecht ist, das ist eine gute Heldin, aber es ist jetzt nicht eine Heldin verglichen mit anderen Neuen, wo ich sage, wenn ich die jetzt ziehe, taue ich mich total und die Maxi sofort. Jetzt, für manche vielleicht komischerweise, ist für mich sogar das Highlight von diesen sechs Helden da, ist für mich Hulda im Kostüm. Das ist genauso eine Heldin, wie es jetzt im Fünfsternbereich meiner Meinung nach Gute ist, eine Held, der einfach so massiv da steht und dann heilt und die Lakaien draufsetzt, dass man einiges überleben kann und weil eben in Fünfsternbereichen, also mit Fünfstern-Truppen das jetzt so ist, dass man ein bisschen mehr Zeit hat, kommt sie als mittelschnelle auch besser zu zünden. Also ich spiele meine normale Hulda ohne diesen feinen Kostüm-Bonus, spiele jetzt wieder, nicht in jedem Krieg, aber immer wieder und hätte ich das Kostüm, weil dann auch das Special klar besser wird und halt, was ist das Passiv? Verstärkt, dass er, was heißt, glaube ich, viel, viel, viel besser wird, dann, das wäre für mich was Feines. Bei Archie, wie der neu rausgekommen ist in seinem Seasonal, jetzt also beim Kostüm, bin ich ein bisschen gescholten worden, dass ich ihn zu schlecht gemacht habe, dass man ihn ja mit richtiger Konstellation auf sechs Steine bringen kann und die Immunität sehr gut ist, gegen, also verbunden mit Schaden v.m., gegen Mioini und Hathor und so weiter denkst, bei Hathor finde ich schon einmal, ist das wieder einmal gar nicht so gut, weil das funktioniert nur dann, wenn er vor Hathor auslöst, wenn er aber vor Hathor auslöst, dann wird man, glaube ich, sowieso oft gewinnen, so in der Art, und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass das nicht stimmt, was da gesagt worden ist, ich habe da drauf nicht geachtet, dass man ihn für sechs Steine spielen kann, wenn man das richtige Team hat, gleichzeitig glaube ich aber, dass diese richtigen Teams jetzt in Zeiten der Fünf-Sterne-Truppen immer weniger attraktiv werden, weil es einfach ein Nachteil ist, wenn ich keine Fünf-Sterne-Truppen spiele, wenn ich es genauso gut halt auch benutzen könnte und nicht immer hat man einen Baden, der gut ins Team passt und so weiter, aber okay, ich habe ihn unterschätzt, trotzdem würde ich keine Luftsprünge machen, wenn ich ihn jetzt ziehen würde. Jetzt nicht, dass er, ich habe ja damals schon gesagt, er ist nicht schlecht, aber ich muss auch jetzt sagen, inzwischen, ich habe ganz, ganz wenig von ihm gesehen, in Devs sowieso nirgends, und auch von den Angriffsvideos bei uns in der Allianz, ich weiß nicht, ob sich da viele davon leiten lassen, was ich sage, ich glaube ja nicht, vielleicht habe ich doch recht gehabt, dass er jetzt dann jetzt so ein Megamonster ist, aber gut, der Sarah würde ich sehr wohl ganz gern haben, den habe ich bei dieser Beschwerung, beim letzten, beim Tabernen-Partal dann in die Auswahl genommen, habe es halt leider nicht gekriegt, ich finde schon, dass es da einige Situationen gibt, mittelschnell ist jetzt immer eben das Tempo, das man sehr wohl in Kriegen meistens gut spielen kann, und dafür macht LaSara schon recht viel, mit, das nicht zu vergessen, jedes Mal, wenn auch LaSara selbst das Special einsetzt, gibt es 300 erhöhte Gesundheit zusätzlich, wie ist das, versucht sich mit Hilfe von Spezialfähigkeiten zu reinigen, weil du auch ihre eigene Reinigung halt zählst, reinigt Statusleiden von allen Verbündeten, ohne Sekundäreffekte, und das ist natürlich auch jetzt besonders wertvoll, weil halt sehr viele Devs im vorderen Bereich zumindest mit mehreren Pfefferflammen und mit Sternenläufern so stehen, mit Pop-Hit, Pop-Hit der nächste Woche wieder, ich weiß nicht, ob gefeatured, aber zumindest wieder im Portal sein, da wird es noch mehr geben, dann danach, ja, gute Heldin, und Amel, sorry, aber den finde ich gar nicht gut, das haben dann zwar, ich weiß jetzt nicht mehr wer, aber ein Spieler, der sich schon beschäftigt und ganz gute Teams baut, und so normal, hat gemeint, für ihn war das gerade ein Held, den er gebraucht hat, damit er mit seinen Sternenläufern durchkommt, damit er die Bohnen entfernt, vorher einmal, und dann mit Sternenläufern hinten nach, ja, das stimmt eh alles, aber das ist halt eine ganzer Sonderfunktion für Leute, die schon so aufgestellt haben, und ich muss ehrlich sagen, dass mir da meistens dafür, also, ich habe es jetzt nicht, ich kann es nicht ganz sicher, ich habe es nicht ganz verglichen, aber bei mir übernimmt die Funktion zum Beispiel kostümierter Bersals, der ja über das Passiv entfernt, und ich glaube, dass er das in Summe besser macht, der macht eine normale Beschleunigung für die Farbe, das was da verringert, Leben interessiert mich einfach gar nicht in dem Zusammenhang, Bersals macht noch Deftern dazu, jetzt nicht, natürlich hat er nicht jeder und so, aber ich finde ein Amel einfach nichts Besonderes, und jetzt ist er ganz enorme, jeder einzelne Held hat seine Berechtigung, auch unter neuen Helden, hat irgendwo eine Funktion, die er besetzen kann, und trotzdem, ja, interessiert mich keiner so richtig, der einzige, den ich davon habe, ist Mistra, wie gesagt, aber es ist für mich nicht ausreichend, dass ich in dem Portal beschweren werde, ich werde, wie jedes Mal, die aller paar besten Angebote trotzdem kaufen, und dann bin ich für ein neues Paktbeschwerungsportal gerüstet, anderes Portal, Dovalhala, ja, eh ganz nett, Pera, Freya, gerade beide mit Kostüm, werden sie ja eh wieder ganz gut spielbar, aber es ist nichts, wo ich mir jetzt irgendwie einen Haxen abgefreibe, wenn ich den ziehen würde, und deshalb gibt es so keine Beschwerungen, die Videobeschwerung, vergesst es nicht drauf, falls ihr aber Münzen habt, wenn ihr nur wenige habt, dann wird es wahrscheinlich schon auszahlen, die da jetzt einzusetzen, weil ihr halt die Beschwerung für Werbung kriegt, Apropos Beschwerungen für Werbung, oder überhaupt Werbungen, im Betatest ist jetzt ganz ein neues Feature, und zwar wird da, das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, für diesen, wo haben wir denn, Zeitsparer VIP-Pass, halt das, muss ich noch mal warten, bis er wieder kommt, damit ich draufklicken kann, da haben wir, ich habe mir gekauft, unten, da kann man extra schnell kämpfen, extra schnell, vor allem dann auch auf Autoplay, ganz schnell, Beute-Tickets kann man für alle mögliche Quests benutzen, und da kommt dann zusätzlich rein, dass man Werbungen überspringen kann, Werbungen nicht anschauen muss, es ist nicht bekannt, das sieht man im Betatest nicht, ob dadurch der Pass teurer wird, wenn er gleich teuer bleibt, wenn er gleich viel kostet, dann ist das ein großes Upgrade, und wird wahrscheinlich für einige den Ausschlag geben, dass sie das auszahlt, weil wenn man das ausnutzt, wenn man sich das antut, und halt am Tag, ich weiß es nicht, 20 mystische Visionen anschaut, und andere Situationen, auch noch mit Werbungen, dann ist das auch wirklich was sehr gemütliches, weil wenn man sich das aus, auch wenn man während der Werbung irgendwas anderes tut, aber ich weiß nicht, 10, 20 Sekunden kostet trotzdem jede Werbung, 10, 20 Sekunden Lebenszeit, und da kommt ganz schön viel Zauern im Monat, wenn das so kommt, und nicht teurer wird, glaube ich, ist das für manche Überlegung, was waren für andere Punkte, wenn man nur 1, 2 Sachen überlegt, und jetzt fallen es mir nicht wirklich ein, Turmisch, darüber habe ich schon getötet, das Badalturm mache ich dann am Schluss zur Wohlbeschwörungen, einfach weil ich schon die Münzen habe, und schon mehrere gute Helden dabei sind, das gönne ich mir, jetzt steht da, das ist jetzt ja Upgrade, das habe ich noch nicht gemacht, wer setzt dann Turm am Wochenende, tatsächlich soll es auf diese Umstellung bei den Wappen keinen Einfluss haben, ich habe am Anfang zugewartet, bis ich das fix weiß, damit ich möglichst lange Zeit habe, noch Helden die Wappen zu entreißen, und das werde ich dann halt tun, bei Gelegenheit, so, fällt mir noch was ein, im Turm, ich bin wirklich ganz gemütlich, ich habe sogar noch gesteigert, ich spiele nicht nur ohne Schriftrollen, ohne Turmflaschen, sondern ich habe ihn jetzt auch komplett ohne Mana gespielt, und ganz insgesamt ohne irgendeinen Gegenstand, der Mitternachtswurz benötigt, weil das ist für Eventspieler immer das wertvollste, das heißt bis jetzt habe ich wirklich nur, ein paar Wirbelwind, und ein paar Drachensturm am Anfang eingesetzt, weil das sind Gegenstände, von denen ich beliebig viele habe, jeweils ein paar tausend, völlig wurscht für mich, ähm, ja, die Punkte sind jetzt überhaupt nicht berühmt, also das ist, keine Ahnung, es sind ungefähr, 90 bis 100.000 weniger, als ich dann habe, wenn ich vollspiele, aber gleichzeitig, wenn man denkt, also ich glaube schon, dass ich gegen Ende, weil die letzten Punkte von den letzten 10 Levels ungefähr, leiden nicht stark darunter, wenn man keine solchen Gegenstände einsetzt, von denen ich jetzt gesprochen habe, da geht es eher nur um die Replays, ich glaube schon, dass ich so irgendwas, ich weiß nicht, 2,2 Millionen, irgend sowas damit erreichen kann, ein bisschen drunter vielleicht, und wenn ich das erreiche, dann, ja, wobei es mich jetzt gerade wundert, das sind ein paar Spieler, Mika, mit dem habe ich geschrieben, da hätte ich mir doch, dass er höhere Punkte erreichen kann, vielleicht schaffe ich das dann doch nicht, mit den Voraussetzungen, egal, jedenfalls bin ich optimistisch, dass ich quasi ohne Gegenstände, die mir irgendwas wert sind, glaube ich schon ab 100 erreichen kann, und paradoxerweise gewinnt man dann nicht sogar Gegenstände, die an was bedeuten, weil man ja laufend bei jedem Turm Level, ein paar Kampfgegenstände kriegt, und ich schreibe das immer mit, und am Ende von einem Turm sind das immer, ich weiß nicht, 5 mächtige Mana-Tränke, und ich weiß nicht, 5 so und so, 5 normale, oder 10 normale Mana-Tränke, und ein paar Bombenangriff, und wie gesagt, alles was Mitternachtswurz benötigt, ist für mich wertvoller, als beispielsweise Wirbelwind, ist mir völlig egal, so, jetzt, aber natürlich muss ich erst damit durchkommen, weil ich weiß, vielleicht wird es dann doch blöd, jetzt geht es also, wieder kurz Blick zur Liga, da ist ganz aktuell eh wieder, also, heute bin ich, habe ich keinen Kampf verloren, aber leider am Anfang von der zweiten Woche, äh, von der dritten Woche jetzt einige, leider ist meine Def jetzt zuletzt abgestürzt, sieht man das da, ja, nur mehr Niederlagen, die letzten beiden habe ich noch gar nicht gesehen, lange hat es ausgeschaut, dass ich endlich einmal Idee halten kann, also erreichen könnte, und jetzt am Schluss bin ich ganz abgestürzt, eh irgendwas, bin damit aber in bester Gesellschaft, weil fast alle guten Accounts dauerhaft auf eh sind, also, ab und zu einmal wer auf die, aber, ja, es ist, frustrierend, da kämpft man sich dann eh, so als 3,50 Sätze, ich habe die Woche begonnen, glaube ich mit irgendwas, viererhalbtausendsten Platz ungefähr in etwa, morgen gibt es ja noch einen Kampftag, ich hoffe, wenn ich da nicht mehr als vielleicht einen Angriff verliere, dann sollte ich noch ein bisschen vorkommen, und dann wird die DEF eingerechnet, und dann fahre ich wieder zurück auf Platz 5,000, so geht es jede Woche, und die kleinen Accounts da, verlieren zwar im Laufe der Kampfwoche Punkte, kriegen aber dann immer, am Schluss der Woche, fette DEF Punkte dazu, und sausen wieder davon, und jetzt zum Turnier, ich habe gestern einen, vorgestern einen Kampfleiter verloren, habe ich schon beschrieben, da habe ich leider, war ich unvorsichtig und habe dann auslösen lassen, was nicht unbedingt notwendig war, also ich habe nicht erwartet, dass sie auslöst, aber sie hat ausgelöst, das hat mich diesen Kampf gewonnen, äh, diesen Kampf gekostet, gewonnen hätte ich ihn gern, und die DEF hat leider, am ersten Tag keinen Angriff gekriegt, generell sind diese Rush DEFs, von solchen doppelt geprägten Helden, für Spieler, die vielleicht nicht das, die richtigen Helden im Angriff haben, nicht das Know-how, und nicht die Helden gelevelt, dafür sind solche DEFs natürlich brutal, also, wenn man nicht ähnlich angreifen kann, oder was, oder hätte es Wissen hat, wie man es ungefähr angreift, dann ist es jetzt nicht überraschend für mich, dass, wenn durch, also zufällige Angreifer daherkommen, dass die DEF eben, eben gut steht, ich glaube, das betrifft sehr viele Spieler, die fahren sowieso, aber da sind auch viele, sagen wir, ähnliche solche DEFs dabei, ich habe gerade vorher gesehen, äh, mit denen ich in Kontakt bin, Aria und dann Spacko, sehr gut unterwegs, ist natürlich schon vorbei, ähm, ja, ich probiere mich da jetzt irgendwie zu wie zu hauen, ich habe mir vorher angeschaut, ich, wenn ich alle, äh, wenn ich fünf Angriffe gewinnen würde, würde ich ungefähr 18.300 Punkte erreichen, so in dem Bereich ungefähr ein bisschen drüber, wenn man sich das anschaut, wahrscheinlich darf ich mir eine knappe Niederlage erlauben, oder eine, so wo ich halt zwei, drei Gegner umbringe, dürfte ich mir erlauben, ich spüre jetzt so lang, bis das passiert, wir schauen uns das jetzt an, wenn ich gewinne, das kann ja theoretisch lang dauern, weil manche von diesen Kämpfen Diamond fast aus, einmal habe ich wirklich original mit der letzten Sekunde das entscheidende Special gesetzt, sonst hätte ich über Zeit verloren. Diese Dev jetzt, ja, man sieht öfters Dun-Devs da jetzt in dem Bereich, ich finde die meisten Dun-Devs-Krotter bei Rush nicht besonders gefährlich, weil sie einfach nur einen Helden treffen und nicht bedrohlich genug, so nicht genug Schaden sofort machen. Natürlich, wenn ihr einen besonders langsamen Start habt und dann trifft Balthasar und Ganyu treffen hintereinander den gleichen Helden oder so, dann habe ich ein gescheites Problem. Aber ansonsten finde ich es nicht so brutal, diese Art Fähigkeit. Jetzt schaue ich noch einmal kurz vom Ziel und verteile das auf, ja, das können wir eh. Die Kombination jetzt Duns mit Heiler ist natürlich gefährlicher, weil man die Duns weniger leicht runterschlägt. Im Angriff viel spiele ich, ich habe in jedem einzelnen Angriff Jolly dabei, der ist einfach so fein, haltet selbst viel aus, gibt Überheilung, gibt lauter Sachen, die man gern hat, also da sitze ich an Lakaien und Schadenreduktion und Mana Regeneration plus und dies. Mana Regeneration ist das Wichtigste davon, weil dadurch alle anderen Helden für tatsächlich sogar 5 Steine geladen sind. Also in der Praxis sind es meistens 6, aber theoretisch werden sie auch mit 5 Steinen geladen. Das ist was sehr Wichtiges und spart an, dass man Zahrel im Angriff spielen muss. Ich habe da immer gespielt, nur mit Variationen. Im Endeffekt habe ich fast immer Doppeltreview gehabt, habe sehr oft diese beiden Jukka-Heinen und Fass gehabt. Manchmal, wenn zum Beispiel bei den Gegnern ein Triwil als Denk steht, dann kommt bei mir halt der Baum zum Zug, also der Baum sage ich Strauchbär, der Baum ist immer dabei, also Strauchbär. Ich weiß nicht, was habe ich sonst für Helden manchmal im Einsatz gehabt. Ab und zu Felten, Dorn manchmal, wenn Blau sich als Hauptfarbe angeboten hat. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit der Aufstellung verblieben. Also bei der Aufstellung. Was mir nicht taugt, unbedingt ist da der Schutz gegen Schatten, weil ich abgesehen von den beiden Helden nicht so viel Schaden mache. Ich habe aber mit den beiden Außen, mit Fass und mit Jolly, so viel Überlebensfähigkeit, vor allem wenn Jolly einmal geladen war und ich dann insgesamt schneller bin, dass ich hoffe, dass es kein Problem ist, den Rest zu überleben und dass ich dann halt Rekette irgendwann in Kombination mit Jukka-Heinen wegkriege und dann die anderen, wenn keine Heilung mehr da ist, dann geht das flott. Das ist die Idee. Zu lange Zeit darf man sich, aber gegen das Team zwar vielleicht schon, aber gegen manche anderen Drei-Stern-Rush-Devs muss man halbwegs flott spielen, weil es am Schluss eng werden kann. Und das ist natürlich eigentlich ein ziemlich beschissenes Startboard. Und dann schaue ich einfach Bewegung. Ich kann wenigstens, da in dem Fall baue ich den Diamanten. Wenn es blöd läuft, ist das schon wieder vorbei. Da rede ich so daher und wenn es blöd läuft, wenn ich da nicht baue, dann könnte das schon der Anfang vom Ende werden. Wäre schön da rot. Doch, ich hätte gerne, dass der Diamant ausgelöst wird. Das hätte mir gefallen. Jetzt kommt natürlich schon einiges daher. Wichtig wäre gelb. Wenn nur jetzt die Überheilung sicher ist, ist es störend, aber jetzt im Moment ist da wichtig, dass ich überlebe. Da geht es wirklich darum, dass ich jetzt irgendwie... Was passiert, wenn ich... Das wird leider Kati am Alliett gekauft. Wenn ich so rüberspiele, hätte ich kurz gekauft, dass ich mir da einen Diamanten holen kann. Das ist nicht der Fall. Das ist jetzt eigentlich eine ziemlich verzwickte Situation. Das könnte ich mir einmal holen. Wäre theoretisch da ein lila Diamant möglich. Wobei halt lila nicht unbedingt. Wie gesagt, die muss jetzt schauen. Auch wenn ich nicht sofort tot bin. Aber sehr viel Zeit habe ich auch nicht. Die lösen sowieso aus. Ich hole mir da jetzt gelb, lila, blau. Auch wenn ich da... Das ist unzufriedenstellend. Wenn ich einen Diamant auslöse, das ist mir fast noch lieber. Da gehen tolle Steine weg, geht vorn lila weg. Da herüben blau. Da passiert relativ viel. Ich glaube, ich brauche die Bewegung. Passt. Jetzt sollte ich ja doch die Heilung kriegen. Und damit... Auch wenn da jetzt Überheilung und so kommt. Aber auch nicht... Nur nicht alle auf die gleichen. Ich habe es gesehen. Das Passiv hat getriggert. Das war praktisch. Dadurch bleibt da mal bis auf weiteres am Leben. Da kann ich mir dann lila holen. Also jetzt gelb, dann lila. Dann sind wir nicht Reveels geladen. Verlebt habe ich vorerst einmal. Problem ist nur, dass da schon wieder weitergeht mit Schaden und so weiter. Und die Treeveels allein kommen da jetzt nicht durch gegen den Schutz. Das ist ein bisschen eine Zwickmühle. Wenn er den falschen trifft, die würde man gerne blau holen, damit ich da den Schutz wegnehmen kann mit Jukkahäinen. Bevor ich Treeveel einsetze. Das Problem ist nur... Aber ich glaube, ich mache es trotzdem. Wenn ich Glück habe und Jukkahäinen trifft, einen von den beiden hast du Jukkahäinen. Ja, Jukkahäinen. Wart mal so. Und sonst nimmt er halt an das Mana. Hoffentlich nicht Jukkahäinen, weil der sowieso bald stirbt. Ja, passt. Das war die Idee. Okay, offensichtlich hat Worten auch gereicht. Und jetzt sollte es fast reichen, dass ich durchkomme. Also sie stirbt, dann gibt es keine Heilung mehr und ohne Heilung gibt es da nichts mehr, was ein Problem darstellen könnte. Jetzt kann ich im Prinzip Vollgas spüren, weil dann habe ich eh schon wieder die Heilung. Kann ich auch damit eben zeitsparend agieren. Da können wir dann das auch jetzt. Da steht das ja jetzt schon. Und dann da. Ja, weil am Anfang hat es kurz gefährlich ausgeschaut, aber zum Glück hat diese große Combo in, ich weiß nicht, Zug 3 oder was das war, was sowieso ausgelöst hätten. Da ist dann alles gekommen, was ich gebraucht habe. Ja, passt. Nur einmal beschleunigend. So, Angriff 1. Einmal erfolgreich. Weiter Angriff 2. Schreit natürlich noch einen ganz gleichen Team. Strauchbär ist überhaupt kein Problem, wenn man Jukka einen mit hat. Natürlich muss Jukka einen irgendwann auslösen, bedeutet das, aber gerade wenn man so defensiv spielt mit Heilung und so weiter, sollte es schon oft funktionieren, dass man lang genug überlebt, dass eben Jukka einen auslösen kann und dann ist Strauchbär für nichts. Genauso wie Kailani dann recht wenig bringt, vor allem finde ich Kailani sowieso nicht gut, wenn nicht zusätzlich Heilung im Team ist. Kailani haltet alles auf, ja, die Helden überleben länger, aber wenn nicht irgendwo geheilt auch wird, dann hat man genug Zeit da in dem Team einfach langsam jeden umzuhauen. Es darf nur nicht zu langsam abgehen, dass halt vielleicht Reveal zum falschen Moment feuert. Was Reveal betrifft, ich habe da ja zwei Helden mit, die was dagegen haben. Einerseits kann ich mit Fass vorher auslöst, dann wird das blockiert, alle negativen Statusänderungen und wenn Jolly kann zumindest hinten nachfeuern und kann zumindest das Störendste dran, die Mana-Regeneration umkehren in einen Buff und den Rest, ja. Also kann natürlich immer was passieren, aber ich bin eigentlich eher optimistisch für den Kampf da. Was man da sagen könnte, ist natürlich, dass ob das jetzt notwendig war, dass ich in dem Kampf jetzt mit Reveal spiele. Das ist vielleicht nicht notwendig gewesen, weil ich da wahrscheinlich auf sicherere Art auch gewinnen könnte. Aber, ja, jetzt wird man sehen, dass es schon ganz praktisch ist, wenn man einmal draufhaut. Kann ich mir das so holen? Verbaue ich mir einmal blau, das da vorne zwar, aber da kann ich das zünden. Das passt schon voll in den Reihen. Da hatte ich wenigstens niemanden sonst. Der soll nur einmal feuern. Wobei natürlich, da ist ich muss schon so ein irgendwas Defensive, das muss ich schon noch hinkriegen da. Ich glaube, ich hole mal grün so. Wobei doch so. Irgendwann werde ich das auslösen, um ihn zu holen. Wahrscheinlich dann danach nämlich. Das wird aber sowieso Indoladen. Das heißt, das ist mir fast, glaube ich, da könnte ich auf gelb kommen. Aber das will ich gar nicht unbedingt Geld. Ja doch, machen wir es so. Ja, okay. Es ist rechtzeitig, dass ich mit Zünden von dem dann Fassschutz von Treeville habe. Also passt das schon so. Jetzt kommen wir noch mal. Ist gar nicht ganz klar. Einer kommt noch mal fix. Und der zweite kommt aber glaube ich auch, weil sie haben keine Heilung. Die Überlegung ist die, hätte, würde ich in Kalani rein spielen, kommt dann der Defboost und es wäre eventuell sinnvoller, dass ich stattdessen warte und ein zweites mit dem Def dann über den Boost drüber schreibe. Ich glaube aber, dass das so gut ist, wenn ich da jetzt viel Schaden mache, dass die Gegner nicht mehr lang. Also dass ich, ich glaube, das passt auch so. Jetzt ist mir trotzdem nicht ganz klar. Ich glaube fast, ich hole jetzt das. Wenn ich kosten kann und von ihm das man ankriegt, das ist mir mehr wert noch als Fass. Da drüben dauert es noch eine Runde, bis er auslöst. Grün muss man jetzt holen. Machen wir es so. So, jetzt brauche ich also brauche ich die Bühne haben. Brauchen wir es jetzt übertrieben, weil ich hätte jetzt eh holle hinten noch. Tolle hinten noch. Schutz. Mana hole ich mir trotzdem gleich, weil ich will jetzt ihn laden. Und zwar so. Kann ich aber wenigstens gleich wieder wegnehmen. Ich will nämlich verhindern, dass der Baum was macht. Da kriege ich mir jetzt ein bisschen einen Schaden, halb so schlimm. Und jetzt wird der Baum für nichts sein. Ah, standhalten. Er ist für was. Böser Baum. Böser Baum. Und das habe ich gar nicht gedacht. Er ist für nichts und dabei kann er zu 30% standhalten. Ich meine, ich bin jetzt in so einer Situation, wo ich glaube, dass es mir nicht mehr allzu viel Schaden zufügt. Ich glaube, jetzt mache ich ihm trotzdem der Kleiden Schaden, damit er auf weniger Lebenspunkten ist und dass er das in dann halbwegs wegkriegt. Jetzt haben wir noch die Schadensteilung drinnen. So. Ich tue das jetzt. Gehe ich voll auf ihn. Ich glaube, ich gehe voll auf ihn. Kriegen weg, kriege ihn weg. Hm. Jetzt bin ich ein bisschen unzufrieden. Ich habe geglaubt, das wird es gewesen sein. Tatsächlich hole ich mir jetzt trotzdem blau wieder vorher. Wenn er nicht noch einmal resistet. So, jetzt bitte nicht resisten. Passt. Und jetzt ist es aus. Ja, das waren jetzt nicht einmal die aufwendigsten Kämpfe, aber drei Stern Rush dauert leider einfach immer ein bisschen. Ich schaue nur kurz. Okay, das war der, den ich kenne. Nächster Kampf. Wie gesagt, du, der gefällt mir jetzt nicht, hat er viele Punkte. Da sieht man auf jeden Fall mal eine Atev. Das sagt man gar nicht, die Heilung so. Die Schwanen, das ist ein Tev, mit der ich gar keine Freude habe, wie gesagt. Weil da muss ich irgendwas unternehmen, damit ich einmal gegen Tank Treeville was habe. Also ich muss, normalerweise schreit das nach Strauchbär. Wenn ich aber Strauchbär benutze, dann fehlt mir ein Held, der irgendwie was anderes gut ist. Und da brauche ich dann mit Schwanenmaid, die die Überlebensfähigkeit enorm steigert. Mit Holli, äh, Jolli, Entschuldigung, und mit Belit brauche ich was zum Durchkommen. Ob ich da nicht von dem Plan weggehe. Was könnte ich denn da machen? Die Kombination Schwanenmaid mit Heilung finde ich grauslich. Und vor allem, wenn dann gleichzeitig Schaden dabei ist, gegen den ihr auch was tun müsst. Also auf jeden Fall brauche ich ihn einmal, glaube ich, nicht. Weil Heilung wir nicht so viel benötigen. Das habe ich geglaubt, dass ich ihn auch weggeben kann. Ich schau jetzt noch mal kurz. Die Spell, naja gut. Wobei, ich meine das natürlich, die Kombination Schwanenmaid mit Scholli und, oh Gott, Belit, Plusverteidigung heilt, das heilen dieses Problem. Und sie kann, boah, unattraktiv ist das Ganze. Da wäre ich fast gewillt auf, auf einen Tonplan, um zu steigen. Wie wäre das? Ist das zu passiv wahrscheinlich fast? Ob ich da durchkomme? Es ist wirklich nicht leicht, ob ich da jemals durchkomme, wenn ich nicht gebündelten Schaden habe in diesen Teams. Weil, wenn ich jetzt nur noch mal schaue, wenn ich so spielen würde. Okay, habe ich Schutz vor den beiden, das schon, aber ob ich durch die drei jemals durchkomme, im Endeffekt bin ich glaube ich darauf angewiesen, wenn nicht der Start voll gut ist, dass ich irgendwie mit dann eine Lok erzeuge. Und das ist alles nicht so leicht. Das ist halt wenigstens nur drei Runden. Könnte ein richtig langer Kampf haben, ich mache es jetzt so. Wurscht, Angriff. Bringt mich gleich wirklich aus meinem Konzept der Gegner da. Das wäre natürlich viel wert, wenn ich gegen den Gegner gleich irgendwie, aber in Wahrheit will ich da jetzt ja, dass er früh auslöst. Und irgendwas machen kann, aber ich bin jetzt trotzdem den Brauch. Was passiert, wenn jetzt so da lila kann ich dann spielen in ihn. Draußen nicht auch stehner. Der alt ist es nicht. Aber ich mache es. Übel, kein Combo. Traugt mir wirklich gar nicht. Eine Runde habe ich noch Schutz. Ja, eh fein, aber ich glaube nicht, dass so jemals ein Fenster kommen wird, wo ich durchkomme. So, das drümmel ist da. Trente. so dass ich zu amalers lowdown habe nicht dran doch jetzt vielfaches problem und trotzdem glaube dass sie rein spielen muss ich glaube nicht dass sie die zeit habe jetzt was bringt zwar wenig glücker und sie kommen ich spiele genau so selbstmord selbstmord aus jetzt bin ich tot oder quasi quasi tot und das war es auch mit mit top 100 da geht nichts mehr wüsste nicht wieder irgendein schaden noch erschießt noch was weg das war es und kann man mitnehmen als überlegung für die defilm das aufbaut ich glaube wirklich ich meine sicher ist es mit doppelt wie will wahrscheinlich da blödsinn gewesen ja irgendwie die hoffnung kommt wenn man es früh kriegt dass man vielleicht durchkommt aber trotzdem ja ärgerlich jetzt werde aber dennoch nicht abbrechen und spiel noch mit meinem team von vorher glaube ich mit meiner zusammenstellung bild im kostüm ja das ist natürlich der bäscher gesagt du uns allein sind recht harmlos die wochen nur einzelnen schaden und irgendwann hat man sich runter aber sie haben halt recht sie halten recht für aus und da ist dann bild stark ich meine ich brauche in wahrheit da gibt es nicht so viel anderes da kann man außer dass man sagt okay man geht auf noch mehr schaden mit irgendwas anderem ich glaube wie sind es besonderen grund gibt es nicht aber hätte wahrscheinlich ihren getargeten schaden jetzt ist mir schon wurscht weil wie beschrieben ziele schon nicht erreicht diese in die mitte wenn nur er am anfang auslöst überhaupt kein problem über eigentlich am meisten angst beschrieben von bild also vorbildet ich würde gern 7 lila steine rechtzeitig kriegen das wäre das beste szenario 7 gelbe damit ich dann mit einem weiteren schnell bin das war natürlich der plan wenn man nämlich einmal sagen wir an zwei gegner heraus und hat dann kommt man durch die heilung durch den in der mitte sollte jetzt schon wenn jetzt da kann niemanden blöd treffen dann machen wir das gleich so dann passt sie ist leider geladen wegen dem ansteigen den sie ob gekriegt hat aber wie gesagt der ist jetzt sterben das sollte durch sein und der könnte wenn es dabei war das wird er nicht reichen weg mit dir weg mit steinen haben wir mit mit minians wird die song tot vielleicht doch nicht so ein sack da hat es wieder noch länger welt und aufpasst in den normen und solche situationen können da wirklich dann manchmal so dauern dass am schluss mit der zeit eng wird jetzt spätestens wenn ihn weg kriegt werde ja wahrscheinlich dadurch durch kosten können aber so leicht ist es nicht damit den sagt du aus netz weg zu kriegen vor allem wie der norme ok passt und wieder diese pflänzchen das kann jetzt dauern jetzt stehle ich wertvolle lebenszeit und kann aber nicht irgendwie was besonderes sorgen weil irgendwann jetzt muss ich schnell spielen die devise jetzt schnell spielen damit die zumindest irgendwann einmal dann den angriff bonus kriege wisst ihr noch so und so vielen zügen kriegt man einen angriff bonus und dann geht es wieder dann geht es dahin der weil schauen wir mal im endeffekt brauche brauche dass meine lila helden zweimal geladen sein was jetzt aber passiert jetzt ist dann vorbei würde ja mal behaupten naja ich glaube nicht so und Ah, haha, haha. Wuscht. Jetzt ist es vorbei. Hm, habe ich nicht geschaut, dass Gott der Boost nicht aktiv war. Vier Minuten, fünf Minuten für den Kampf. Ja, es ist schlimm, es reicht einfach nicht, weil ich glaube, ich komme zwar jetzt knapp, wenn ich den Gewinn 17,7 kriege ich dann, das reicht nicht, weil die da vorne haben alle ATFs. Da wird, glaube ich, niemand zurückfallen. Der Kerl, im Endeffekt brauche ich da auch wieder den Dispettel und ich will mir jetzt gar nicht viel Gedanken machen. Ich finde wirklich, diese Aufstellungen mit Heilern drin sind deutlich schwieriger als manche andere. Die Frage ist, ob ich ihn jetzt brauche. Brauche ich eigentlich nicht, weil er nimmt sowieso den Schutz weg, wenn es passt. Da kann ich ein bisschen aggressiver spielen. Die Frage ist, womit? Was ist da aggressiv? Ist er passt da zur Gaudi? Es geht um nichts mehr. Also spürt es zur Gaudi an Basta, habe zwar sehr wenig Schutz, da ist es kann sein, dass es ein totaler Blödsinn war. Aber wenn es passt, komme ich vielleicht eher da durch mit so einer, wenn ich mehrere gleichzeitig geladen habe. Ist ein Blödsinn. Also... Also... Große Kumpa am Anfang sagt man dann auch. Ich meine, so groß ist es jetzt auch wieder nicht. Aber... Da kann ich dann rot spielen. Es ist halt weiterhin gelb eigentlich am wertvollsten. Aber das Problem ist, wenn ich so auf gelb spielen will, mit Glück könnte ich dann gelb laden. Aber ich ladere ihn als erst, der am meisten Schaden verursacht. Ich mache es trotzdem. Ja, und es passiert nicht die Art, wie es gehofft halt, aber... Das ist die Frage. Ich glaube, ich hole mir als erster nur ein bisschen, damit ich ihn gleich einmal einsetze. Mit Glück, schauen wir mal, ob ich da vielleicht sowas wegkriege. Ist da ganz entscheidend, dass ich vielleicht schnell, wenn wegkriege. Weil wenn da mal Überheilung am Laufen ist, dann haben irgendwann einmal die einen längeren Atem. Aber es geht sich nicht aus. Das geht sich nicht aus, das reicht nicht. Mit Glück, wenn da ein roter Stein kommt, dann... Ah, so knapp, so knapp nicht. Und jetzt komme ich nicht durch. Jetzt eigentlich mit der Aufstellung, so wie ich es gehabt habe, so wie ich das jetzt gemacht habe, kann ich es fast schon vergessen. Jetzt spielen wir Harakiri. Muss man ihn wegkriegen? Ah, doch, jetzt kriege ich ihn weg. So bin ich noch im Spiel. Wobei... Wir leben müssen es erst einmal. So, wen kriege ich am ehesten weg? Noch immun, nur zwei Runden lang. Jetzt wäre ich da fein, dass ich holen wir da auf jeden Fall als Mahname für die beiden. Und es wäre fein, wenn da ein blauer Stein herkommt, dass ich blau durchkosten könnte. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, haut mir alles zusammen. Und ich glaube trotzdem, dass ich mehr schaden mache, wenn ich wort, bis das mit den Statusänderungen weg ist. Immun gegen neue negative Statusänderungen, dann kann ich, glaube ich wort. Mach mal das so. Der Sackler oder dann, ah, es wird schwierig. Irgendwie muss ich durchkommen, aber ich weiß nicht, wie der jetzt geladen worden ist. Irgendwo muss ich dann einen Spust geben haben, verdammt. Ärgert mich das. Verliere den Angriff. Und jetzt wieder nicht gewartet. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich weiß nicht, wie das ist. Kann ich nicht warten. Da muss ich schauen, dass ich irgendwas wegkriege in der Zeit. Haben wir da Schadenserhöhung schon drauf? Verschlittener Schaden wird erhöht. Aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, mehr als der eine wird es trotzdem nicht werden. Das ist jetzt schon so niedrig. Jetzt reicht sogar das. Und damit ist er weg. Und jetzt ist der Kampf gelaufen. Der ist gelaufen. Passt. Passt. Ja, unzufriedenstellend natürlich trotzdem. Wo sind wir da jetzt? 115. Wie gesagt, das haben niemals. Es kommen noch ein paar dazu. Es ist zwar schon Mitternacht, aber sagen wir 25 oder so, von denen da vorne bräuchten eine BDF. Das wird es nicht spielen. Aber immerhin, es ist eine Heldenkiste noch schnell abgeholt. Mit der verabschiede ich mir jetzt noch einmal. Ihr habt Zeit bis Montag in der Früh 9 Uhr zum Reimplamieren von Helden. Überlegt es euch gut. Es wird für jeden unterschiedlich sein, aber ich glaube, im Schnitt die meisten sollten ein paar einsetzen. Also bis dann. Ciao. Ciao.